Ja hallo, ein wunderschönes, herzliches Willkommen zu einer weiteren lustigen Folge von Stadt, Land, Fluss, Online. Ja, heute nochmal mit dem Marc für diese Woche und nächste Woche, weiß ich nicht, ob David dann kann, weil ich weiß gar nicht, ob ich, wenn ich im Urlaub bin, ob ich das überhaupt schaffe und danach auch da was aufzunehmen mit David oder ohne, müssen wir nochmal schauen. Ja, wir haben wieder sechs Runden, wir haben jetzt ein paar andere wieder, wir haben jetzt einmal Gegenstände im Klassenzimmer, etwas was doll wehtut, stinkende Sachen, Band oder Musiker. Wenn ich groß bin, werde ich mal YouTuber, Obst oder Gemüse, Kompliment, Pizza-Zutat und Marke. Marc, bist du soweit bereit? Ja, wir können. Okay, wir starten auf drei. Eins, zwei, drei. Ich werde sowas von hart verkaufen. Ja, nicht nur du. Also, ich schaue euch auf jeden Fall auch mal die letzten Folgen an, das war echt geil. Und das ist richtig scheiße, was ich gerade schreibe. Dieser Zutat mit V, wollt ihr mich verarschen? War nicht mal lustig. Ich nehme die gleiche, wie ich gerade hatte. Hä? Kannst du was, wenn ich groß bin, eintragen? Ja. Wenn ich denn was hintippe, macht das sofort wieder raus. Muss immer, versuch mal mit V oder sowas, hatte ich vorhin auch mal zwischendurch, muss immer ausprobieren, irgendwann geht's wieder. Ach so, nee, wenn ich andere Buchstaben eintippe, geht das gar nicht. Naja, du musst mich immer erst mit dem V anfangen. Okay. Du musst mal erst mit dem V anfangen. V ist doch so ein scheiß Begriff. Eieiei. Gegenstand im Klassenzimmer. Oder Maurice, was weiß ich, Eintracht. Was? Okay. Gegenstand im Klassenzimmer. Versuchsprotokoll. Versuchsprotokoll. Boah, fick die. Ach so, was toll weh tut. Volkswagen im Gehirn, Abgase. Nein, der Krass. Steck eine Sache, Volkswagen. Ja, Visage, wie vorhin schon. So, weiß nicht, große, wenn ich mal Versuchsprotokoll. Das ist... YouTuber. Vater, what? Ach stimmt, wartet, wartet du ihn vorhin schon? Cool, ich google gerade. Ey, V, keine Ahnung. Ja, gibt's eh keinen. Ich hätte zwei angefangen, aber ich bin nicht fertig geworden. Ja, es gibt einen. 16.413 Abonnenten. Alles klar, was hast du für ein scheiß Glück, Alter? Gibt's einen mit 26, ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. So, Obst und Gemüse. Ich sehe da gerade was, was mir relativ bekannt vorkommt. Darüber sprechen wir gleich mal. Ja, wir machen mit. Vielleicht dachte wir auf dem TS-Pass ist aber nicht. So, Obst und Gemüse, Vitamine in Tablettenform. Da musst du husten, ne? Jetzt hab ich das geschlossen auch neu. Junge, fettes Kind auch mit F, nicht mit V. Ja. Ein fettes Kind, bitte. Ich bitte dich. Fettes Kind erstens mit V, zweitens ist es eine Beleidigung. Mach deinen, mach deinen Haken da rein. Wobei? Bei fettes Kind mit V. So, Pizza-Zutat, Marke, fort. Schon wieder. Du lernst auch nie, ne? Ne. Na, ich mehr mal, so, Ergebnisse. Wir haben 10 Uhr am Weißviel, wie lange ich heute schon aufgenommen habe. Ja, ist auch geil. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hab' vergessen. Was ist? Oh, Band mit U. Das ist schwierig. Also, ich hab, zumal ich mal nicht mal. Ich kenn eigentlich kein mit U. U ist schon, ist schon hart. So, ich kenne nichts mit U, also mir wird nichts einfallen. Mir fehlt eine Marke. Obst und Gemüse, scheiße, bin ich so doof? Ja. Er hatte mal. Ich rufe mich gerade verzweifelt in meinem Zimmer um und suche irgendwas, was mit U anfängt. Junge, das ist so richtig scheiße, Alter. Obst und Gemüse, Alter. Nein! Okay, Gegenstände im Klassenzimmer. Untersuchst Sachen. Oh, okay. Was ist toll wichtig, unter anderem Mark. Kröne, ne? Urimpo, was? U, achso, Urimpo. Ah, ich rufe dich nicht mehr. Alles klar. Steckende Sachen, Unterwäsche, Ufos von Mars. Das sind doch keine stinkenden Sachen, oder? Moritz, wir wissen nicht, wie es riecht. Okay, wenn ich groß bin, werde ich mal U-Bahn fahre, U-Bacher, okay, YouTuber, unter anderem wir zocken Sie mal Toren. Ich kann's einfach, ich kann's einfach. So, Ute. Obst und Gemüse, unter. Hä? Was, wo unter? Obst und Gemüse. Achso, da war ich noch am Schreiben. Achso, ich wollte gerade sagen, das passt aber irgendwie nicht. Kompliment, unglaublich schlau. Uh, bist du schön. Ne, das ist, äh... Ja, oder warte mal. Äh, passt schon. Wo ist denn wirklich ein Kanal, der heißt wirklich Ute? Alles klar. Mit Bier, das deutlich, aber nicht. Pizza-Zutat, unter anderem Salat. Ist doch geil, oder? Siegt er. Marke, unter anderem Ford mit F? Ubisoft. Ja, das stimmt. Das ist korrekt. Ja, ist doch schon eine geile Runde gewesen. Welche Runde war das jetzt? Zwei von sechs. So, neue Tipprunde. Scheiße. Oh. Ich will ja nicht schriever. Ich will ja nicht schriever. Jetzt fällt mir wieder die Mark, das kann doch nicht sein. Sagen mir fehlt nur noch Musik. Scheiße, ich wollte gerade was bei Pizzazutat schreiben. Scheiße, das wäre richtig geil gewesen. Sag ich dir gleich was. So, Gegenstände im Klassenzimmer. Ohr, oberhalb der Tür eine Ohr. Kreativ gelöst, kreativ gelöst. Ohr, okay. Ja, was weh tut. Oberhand, Ohren mit Peitsche. Okay, steckende Sachen. Oder es gibt keine steckenden Sachen, dank per Woll. Finde ich geil. Finde ich geil. Ohle in der Toilette. Ah, ist das geil. Ist das geil. Ohle in der Toilette. Aber Orchester, na ja. Orchester, ja, ist the band. Hallo, ein Orchester. Ja? Wenn ich groß bin, werde ich Oberbaummeister. Ohr, einiger, okay. YouTuber, oder schaut bei uns vorbei, Otto. Okay. Obst und Gemüse. Orangisch. Obst. Ne, das ist aber verkehrt, Yoga. Das ist aber verkehrt. Oh, du geile, oh, bist du schon. Scheiße, oh egal. Ja, ja, Pizzazutat, oder N-Oregano. Fuck, Alter. Ja, ich wollte eigentlich schreiben, oder nimm einfach keine Pizza. Marco. Okay, Marco Opel. Scheiße. Genau. Ach, Kinder, das muss öfters kommen. Das steht fest. Ja. Oh, ja, ja, Marc. Treibe ich das jetzt so, wie ich das gerade denke? Ich glaube, dann ist das immer falsch. Ja. Was schreibe ich eigentlich hier? Was soll ich auch? Oh, ich, äh, äh, Oh, nun Band mit P. P, 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 P. Es rappelt im Karton, Tung, 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 Tung. Ich höre auf. Junge, da, über die Hälfte von euch. Boah, hab ich mal, aber ich hab, ich hab, ich hab, ich hatte das noch nicht. Er hat, er hat's noch genommen, er leckt mich am Arsch. Okay, also, Gegenstände im Klassenzimmer, Penis und Popel, okay, passt. An das Wort hab ich auch gedacht. Okay, etwas, was doll wehtut, Penis, Paul Milchstock, okay. Ich denke, die Sachen, Penis, Paul, ja, okay. Okay, Bandmusiker, Paul Young, wenn ich groß will, werde ich mal Penis-Lido-Verkäufer. Putze, auch okay. Oh, YouTuber, postet unseren Link in die anderen Videos. Kreativ oder kreativ. Hey, hallo? Hallo. Alles klar. Obst und Gemüsepaar Schall, ups. Warte, ich google das mal, rechts, da nehme ich da so ein... Wordchecker, warte mal. Es gibt... Obst und Gemüsepaar Schallobst, halt mal, da gibt's ja sowas. Gemüse mit Kräuter, Paar Schallobst. So, online, einfach von Obst und Gemüsepaar Schallobst, okay. Äh, so, Kompliment, Penis, P, ich bin schöner. What? Pizza, Zutat, Pizza-Essen macht dick. Am Boden. Junge, das ist kreativ. Ja? Mike, Pillen wir, geben wir, ach, ja, okay, das ist was schlecht. Ja. Ah, okay, dann haben wir's, oder? Oder ist noch irgendwas verkehrt? Nein. Okay. Dann nächste Runde. Nächste und letzte müsste sogar sein. Ne, vorletzte. Ist das jetzt L oder I? Warte. Ne, ist I, ist I. Großes I, ja. Junge, das ist richtig scheiße, Alter. Ich weiß zwar nicht, wie das riecht, aber ich hoffe mal. Äh. So, I war das, äh. Pfff, pfff. Aber scheiße, mir fällt zu I überhaupt nichts ein. Okay, mal jedenfalls mit ne Schreibweise heute. Ich kam mit I, mit I. Fuck, ich schritt keine Band allein. I, I. Es muss doch irgendwas geben. I, 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 I. I, 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 I. Gibt's doch nicht irgendwas mit I, muss es doch geben. Scheiße, ne. Ich fällt mit. Okay. Gängstein im Klassez, war in der Pobag des Vollermann ein Stück Papier. War fast den gleichen Gedanken gehabt. Irgendwie. Okay, was soll ich tun? In der Pop-Bugging ist vorne mal ein Stück Papier. Igel am Kopf. Ja, das tut allerdings weh. Das stimmt. Stinkende Sachen. In der Pop-Bugging ist vorne mal ein Stück Papier. In die geile Drohung. Hast du einfach Copy und Paste gemacht, ey. Ja, und scheiß drauf. Achso, okay. Ich dachte, ich stelle was richtig ist. Bei Music kann man nicht groß sein. Wenn ich nicht groß bin, wähle ich mal Italien für Insel. Bei Insel Tarscha. YouTuber, ich kann alles. Irmgard. Was? Irmgard? Moment. Ich gucke jetzt gerade mal, ob es was gibt. Scheiße. Wir haben grad Bronda, YouTube. Fuck. Was hast du halt dafür ein Glück, Alter? 11.400. Ja, ich hab auch YouTube. 652. Ja, ja. Pizza, Zutat, Ingwer. Marke I. Ja, das ist falsch. So, Ergebnis bestätigen. Ja. Da gibt's. Letzte Runde. Neck mich ja mal schnell. Ey, das ist alles lustig. Ich hab ja eine Viertelstunde noch mehr. Ey, das ist geil. Oh, Jürgen. Oh, Jürgen. Oh, Gott, da kommen Sachen raus. Wer ist? Warte mal, wie heißt der? Äh, äh. Äh, ja. Äh. heißt ja eine kollege damit in musika ja ist ja da gibt es noch ein ist bisher bin ich an ach bin ich denn nicht Vielen Dank. Scheiße. Ich war gleich in die Hose, Alter. Sehr lieber nicht. So, jetzt hab ich mal wieder Schluss gemacht. So, Gegenstände im Klassenzimmer, neue Mitschülerinnen, Nadeln. Schmierarbeit, deinen Nadeln, ey. Etwas, was neu weh tut, Nasenbär, Nadeln. Ja, okay. Stinkende Sachen, nackte... Ja. Alles klar, Wage haben wir gleich einen Gedanken gehabt. Alles klar. Ey, ohne Scheiß, das muss uns best auf. Bad Musiker haben wir nicht. Wenn ich groß bin, werde ich mal neuer Busfahrer der Stadtwerke. Nadelnproduzent. Alles klar, YouTuber. Nimm mal ein Beispiel an uns. Wie war dein Scheiß, Nathalie, Alter? What the fuck, ey? Nimmst du einfach einen Stumpf-Namen malen, oder was? Ja. YouTube. Ja, fuck, Alter. Warte mal. Warte mal, ich gucke mal, ich gucke mal, ob's... Ach. Ja, nimm mal ein Beispiel an uns YouTube. Yeah. So, ähm... Obst und Gemüse, neutral Fallobst. Warte, gibt's das? Mal schauen. Neutral... Also, es gibt Fallobst, das weiß ich. Ach, Nissan, ach, leck mich doch. Okay, äh, okay, neutral Fallobst war ne Scheißidee. Ich kann, äh, mach mal weg da. Hm. Ähm, dann, Kompliment, nun bin ich der Beste. Ich kann's natürlich gut sagen. Pizzazutat, nix nehmen, nix kosten. Nutella, what the fuck? Das kannst du doch nicht als Pizzazutat nehmen. Ja, kannst du doch. Ja, kannst du doch. Wie schmeckt das denn, bitte? Marke, Nissan. Wir können ja mal testen. Ja, ich will's nicht testen. Darauf bin ich nicht gekommen, Nissan. Okay. Ja, okay, so, jetzt mal gespannt. Das könnte knapp werden diesmal. Jetzt, in der letzten Folge, Hans. Du hast gar nicht hier wieder. Boah, 300 Punkte schon wieder knapp. Meine Fresse. Also, irgendwie kann ich's. Bizzboil. Okay, wenn du sofort mit V schreibst, ist doch klar, dass da nichts rauskommt. Leckt mich. Ja, ich würde sagen, Marc, gibt's noch irgendwas zum Abschluss von einer Seite, bevor ich abmoderiere? Oh, du hast ja abgelassen. Also, das war's auch mit der nächsten Folge von Let's Play Stadt Landfrost Online. Ähm, ich hoffe mal, dass nächste Woche ein paar andere dabei kommen. Das wäre natürlich mega geil. Ähm, kann ich euch allerdings nicht versprechen, dass wir mal schauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gibt's auf jeden Fall Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, schaut auf jeden Fall auch bei den anderen vorbei, die nächstes Mal auf mich dann dabei sind. Ähm, ich sehe gerade hier lustige Pornotitel. Könnte man, wenn man angemeldet ist, entweder, muss mal gucken, wie man das mit dem Anmelden ist, da könnte man vielleicht lustige Pornotitel nochmal reinnehmen, weil du ja sowas da mit weder in der, in der, in der vorletzten LS-Woche, ja da sowas, was mit hattest. Ähm, ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao und bye, bye. Tschüss.